So, und damit herzlich willkommen zurück bei einer Aufnahme Minecraft Survival. Ja, wie ihr wahrscheinlich schon gelesen habt, gehört habt, werde ich ja, wenn ich jetzt 22, wenn wir 22 Videos fertig haben, werden wir diese Staffel 1 beenden und dann wird Minecraft Techkit und Call of Duty 1 weiterlaufen. Und so, wie ich mir das dachte. Stein. Kein Koppelstein noch nicht. So kennt ihr das, so wisst ihr das, so ist das. Es ist halt so, Freunde, weil ich kann wirklich gesagt, wie gesagt, nicht an drei Ordnen gleichzeitig aufnehmen. Das geht schlecht und deswegen werde ich jetzt, gut, Minecraft Survival, das dauert leider noch circa bis Juni, bis wir jetzt komplett fertig sind damit, weil wir haben noch 15 Folgen und wie ihr wisst, 5 mal 3 sind 15. Und deswegen sind es drei Wochen und so lange wird es auch noch dauern, bis wir mit Minecraft Survival dann durch sind. Das heißt, in den drei Wochen werden leider Gottes immer noch drei Projekte laufen, nämlich Minecraft Survival, Minecraft Techkit und Call of Duty. Es sind immer noch drei Teile, leider Gottes. Aber ich hoffe, dass euch das jetzt nicht so großartig stört. Ich packe jetzt mal die Klasse Steine oben rein. So, aber ich denke mal nicht, dass euch das stört. Also, ich, sagen wir mal so, ich hoffe es, wie gesagt. Wir nutzen natürlich wieder mein Lieblingswort wie im Truck Simulator auch schon, wie gesagt. Oh, nee, das wäre ja falsch, das bleibt ja da. Was wir jetzt machen werden, das werden wir erst mal im Boden hier die ganzen Kram hier raushotzen. Zack, zack. Dann werden wir mal auf Entdeckungstour. Ja, ja, das war ja das, genau. Dann fällt natürlich jetzt nichts auf, wenn ich das so mache. So, wir werden dann jetzt auf Entdeckungstour durch, ja, durch unser Land machen. Wir werden natürlich noch einiges an Futterage mitnehmen, wollte ich gerade sagen. Ah, da war es, okay. Da ist Essen drin. Ja, 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 ja. So, nein, wir werden nichts an Futterage mitnehmen, aber wir werden uns neue Sachen craften. Neue Sachen, neue Sachen craften. Wir können gleich mal kurz, zack. Und dann haben wir hier hinten auch ein Crafting-Therm, müssen wir nicht immer nach vorne rennen. Versteht ihr das? Das ist doch, das versteht ihr doch, oder? Ja, sicher versteht ihr das. So blöd seid ihr ja nicht. Auch wenn manche vielleicht so blöd sind. Nicht alle, manche. So, Crafting-Table kommt dorthin. Und dann craften wir uns jetzt mal eine neue Spitzhacke. Und wir werden uns eine neue Axt machen. Komm, wir machen alles eigentlich mal neu. So, jetzt kommen die Schaufel noch. Und dann auch das Schwert. Und dann ist dies. Na, so, jetzt aber. Jetzt ist die Sache gegessen. Jetzt kann der Rotz wieder da rein. Zack, zack. Und Holz kommt da rein. Zack. Zwei Erde. Das ist eine magere Auge. Entschuldigung. Da ist auch noch was drin. Ah ja, war ja richtig. Aber das Holz. Na egal, lassen wir es dir drin. Wir nehmen die mal kurz mit. Setzen die vorne, außen. An die Plantage, hätte ich schon beinahe gesagt. An die. Es ist Nacht. Es ist Nacht, ich hab's doch gewusst. Dann gehen wir jetzt fast Autsch. Fast Autsch. Knacken. So. Jetzt können wir oben mit. Wie weit sind die? Ah, die lassen wir brutzeln. Ich renne immer hin und her. Ich renne immer hin und her. In der Hoffnung, dass ich dann irgendwann mal hier Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Wir brauchen Kohle. Nicht alles verbrennen. Ja, okay. Die drei kannst du noch mitmachen. Die Hälfte Kohle brauchen wir mal. Dann brauchen wir da rein. Dann brauchen wir die zwei gebraten. Gebratenes Schweinefleisch. Das war sehr sinnvoll. Okay. Dann hat sich das doch erledigt. Ich hätte vielleicht vorher doch ein bisschen lesen sollen, was jetzt was ist. So, wir haben ja Erde. Wir gehen mal nach da oben kurz. Da die Blätter da wegmachen. Das sieht irgendwie scheiße aus wie sonst noch was. Entschuldigung, asymmetrisch. Nein, nicht asymmetrisch. Das sieht beschissen aus. So, wenn wir gleich, muss ich dann noch, kann ich euch eigentlich schon erzählen, was ja eigentlich nicht schlimm ist, werde ich gleich noch Call of Duty aufnehmen. Damit fange ich dann an. Wie ihr wahrscheinlich schon wisst, das ist der erste Teil, der allererste Teil. Das wird echt ein Retro-Gameplay, äh, Let's Play. Freue ich mich schon drauf. Ein Retro-Let's Play der besten Klasse, weil das Spiel ist echt Hammer. Ich mag das Spiel irgendwie, ich find's echt gut. Ich hab's auch echt stundenlang gespielt. Und als ich damals immer gespielt hab, hab ich gedacht, Mensch, das kann doch nicht so lange dauern, bis du da mal endlich durch bist. Doch, kann's, weil du echt oft da abkackst. Das ist halt so, aber... Psst, ich will nicht zu viel verraten. Nein, werden wir nicht. Ich muss noch Minecraft-Ticket auch noch aufnehmen. Läuft ja alles echt gleichzeitig. Zudem haben wir natürlich jetzt... Naja, könnte ich ja eigentlich... Es ist ja noch uninteressant, das zu sagen, weil ich hab ja noch keine 25 Abonnenten. Auf jeden Fall, ich kann's ja schon mal sagen, auf jeden Fall, wenn ich mal 25 Abonnenten dann demnächst erreichen sollte, hab ich auf jeden Fall schon ein kleines Special vorbereitet. Wird lustig, ich sag's euch. Ihr werdet euch wahrscheinlich drüber kaputt lachen. Aber nun gut. Äh, was wollte ich ja, super. Jetzt schwimme ich hier rüber. Wollte wahrscheinlich eigentlich gar nicht hier rüber schwimmen, sondern wollte eigentlich in die Höhle gehen. Naja. Jetzt bin ich einmal hier drüben. Jetzt können wir hier drüben auch gucken, was hier so läuft. Oder was hier nicht so läuft. Ich dachte gerade, ich hab mich so umgedreht. Ich dachte, dass dieser komische Flock da hinten im Flock, dieses komische Teil da hinten im Wasser ein Enderman wäre. Alter. Ich bin heute echt etwas schreckhaft. Ich weiß nicht, wieso. Vielleicht liegt's daran, weil ich in der letzten Zeit immer irgendwie Videos über Ghost Hunters oder Geister allgemein gucke. Jetzt schon einfach dunkel wieder. Ne. Ja, alles klar. Fünfeckige Sonne. Mhm. Wir entfernen uns eigentlich immer mehr von dem Eigentlichen, wo ich hin wollte. In eine Höhle. Ups. Ähm. Wir gehen mal nach da hinten rüber. Oh, tat ja nicht weh. Na gut. Nun denn, das geht ja noch. Alter, hier piepst draußen gerade bei mir. Das ist... Ja, das piept wirklich meine Kohle. Ich hab keinen Piep in den Kopf. Das piept wirklich gerade draußen. Ich weiß nicht, keine Ahnung, was es ist. Ja, noch mal richtig. Ich wollte gerade ernsthaft auf die Schaufel greifen, um die Kohle abzubauen. Ja, ich weiß. Ich bin heute nicht ganz so bei der Socke. Ich weiß nicht, wieso. Keine Ahnung. Das ist ein bisschen, äh, ähm, lustig irgendwie. Aber wenn jemanden beim Aufnehmen zuschaut, beziehungsweise wenn man zocken zuschaut und der nicht ganz bei der Sache ist, einerseits lustig für die, die zuschauen, andererseits blöd für den, der es gerade macht. Der, der es gerade aufnimmt. Nicht der es gerade macht. Der es gerade macht, hört sich ein bisschen blöd an. So, und hier haben wir auch Schnee. Den können wir überhaupt nicht gebrochen, eigentlich. Wo können wir den Schnee gebrochen? Ich hatte ja recht schon gedacht, dass wir vor der ersten, am Ende der ersten Staffel irgendwie irgendwann mal, äh, in eine Höhle kommen. Aber so wie das gerade aussieht, wird das wahrscheinlich nichts. Ich eier hier wild durch die Gegend rum. Ich gehe mal wieder zurück auf mein eigentliches Land. Oh, ähm, vielleicht doch. Nein, wir gehen hier nicht in die Höhle. Äh, ja, das ist sehr gut. Moment mal kurz, Freunde. Ja. Tach. Nix. Nö. Nö. Hm, hm. Da gehe ich mir wieder weg, ja, ja. Ja. Nö. Ich habe Brot. Ja. Hm, hm. Weiß ich noch nicht. Ja. Ja. Hm. Hm, hm. Ja, ja. Du spielst. Ja. Ja. Ja.